Du glaubst, dass der Golfschwung aus zwei Ereignissen besteht, nämlich Aufschwung und Abschwung? Dann bitte ich dich dran zu bleiben, weil ich habe dir nämlich etwas Wichtiges zu sagen. In diesem Video zeige ich dir nämlich ganz genau, wann der Aufschwung zu Ende ist und wann der Durchschwung beginnt und vor allem wie er beginnt. Und wenn du bis zum Ende dran bleibst, zeige ich dir auch noch eine coole Übung, wie du den Ball so richtig knackig und gut triffst und es dabei auch richtig machst. Also bleib dran, wir starten jetzt! Die meisten Amateurgolfer glauben, dass der Golfschwung aus zwei Ereignissen besteht, und zwar dem Aufschwung und dann später dem Durchschwung. Und ich möchte dir jetzt zeigen, warum diese Art zu denken vielleicht nicht ganz optimal ist. Nun, man kennt sie ja, diese Profischwünge, die so richtig in einem Samt durchgehen und wundervoll aussehen. Wie viel Zeit nehmen sie sich nicht für den Aufschwung und schwingen durch? Gut, ich möchte, dass du mal folgendes weißt. Normalerweise brauchen Golfprofis für den Aufschwung 0,75 Sekunden, bis sie hier oben sind. Und dann bis sie wieder im Treffmoment sind, wieder ungefähr 0,25 Sekunden. Das heißt, die ganze Aktion von hier bis hier dauert nur eine Sekunde. Manche sind sogar unter einer Sekunde. In dieser Zeit passiert Folgendes. Es wird der Druck auf die rechte Seite verlagert, wie du vielleicht schon mal gehört hast, und dann in die linke. Nur das Interessante ist, es ist nicht so, dass der Druck sich die ganze Zeit aufbaut, bis der Aufschwung ist und dann geht er nach links. Sondern die Profis, die sind bereits mit dem Druckaufbau in der rechten Seite fertig, irgendwo, wenn die Hände zwischen hier und hier sind. Normalerweise würde man sagen, ungefähr bei Scharfparallel oder ein bisschen überscharfparallel geht dann der Körper schon nach links. Das bedeutet, wenn sie so früh bereits fertig sind, dass sie dann eigentlich, streng genommen, ihren Rückschwung bereits beendet haben. Es gehen zwar die Hände noch hinauf, aber der Körper ist schon bereits in einer Vorwärtsbewegung Richtung Ziel. So, was ist nun die richtige Sequenz des Abschwungs? Okay, es ist so. Die Profis schwingen weg und sind, wie gesagt, ungefähr hier oder hier fertig mit dem Rückschwung. In dem Moment beginnt das Becken schon nach links zu swayen. Das heißt, es geht nach links, der Druck geht auf Richtung linken Fuß. Der Oberkörper geht auch in der fast derselben Rate nach links mit. Und erst, wenn der Schläger kurz vor oben ist, beginnt dann der Körper mit seiner Rotation. Okay? Und blitzschnell, gleich danach folgen die Arme und der Schläger. Also, es ist nicht so, dass du aufschwingen sollst, Pause, links und dann gehst du darüber. Sondern du bist eigentlich ab hier schon beschäftigt damit, dass du bereits nach links gehst. Also wir haben sway nach links, also sway ist Bewegung nach links, Rotation und dann kommt erst der Schläger. Ja, und wenn wir schon beim Thema sind, dachte ich mir, wieso sprechen wir nicht darüber, was es genau heißt, das Gewicht zu verlagern. Ich finde ja den Ausdruck Gewicht verlagern nicht wirklich passend, weil was verlagert wird, ist eigentlich nur Druck. Wenn ich Gewicht verlagere, würde das bedeuten, dass meine gesamte Körpermasse hier rüber geht. Das heißt, kann ich meinen linken Fuß heben, das wäre eben das Konzept, was viele haben, dass ich sage, ich gehe rechts und dann nach links. Druck verlagern heißt eigentlich nur, dass du ganz kurz etwas Druck auf der rechten Seite hast. Das passiert deswegen, weil das linke Knie hinunter geht und man eigentlich so ein bisschen stolpert. Ich mache das mal kurz übertrieben vor und in diesem kurzen Moment, wo ich jetzt quasi jetzt mit dem linken Fuß nicht am Boden bin, ist 100% am rechten Fuß. Wenn die Golfprofis aufschwingen, sieht man, dass der linke Knie nach vorne Richtung Boden geht. Manche gehen auch ein bisschen hinein, je nach Stil, aber auf alle Fälle, sie gehen mit dem Druck auf dem linken Fußball. Und in dieser Phase, während sie da runter gehen, ist am Boden fast kein Druck in der linken Seite und dafür mehr Druck auf der rechten Seite. Das reicht bereits als Druckverlagerung. Das heißt, wenn ich jetzt hier aufschwinge und mit meinem linken Knie schnell runtergehe, habe ich jetzt hier ausreichend Druck am rechten Fuß, damit ich sofort wieder links bin. Überleg einmal, wir haben gesagt, dass du ja nur von hier bis hier eine Sekunde Zeit hast. Du hast bereits ungefähr eine halbe Sekunde verbraucht, wenn der Schläger hier ist. Das heißt, es bleiben hier ungefähr nur noch 0,4, 0,5 Sekunden von hier nach hier. Wie soll sich das bitte ausgehen, wenn du den ganzen Druck hier drüben hast? Das heißt, die Profis lösen das nicht dadurch, indem sie die ganze Masse nach rechts verlagern. Also deswegen gefällt mir der Ausdruck Gewichtsverlagerung nicht gut. Sondern es gelingt ihnen deswegen, weil sie ein klein wenig hinein stolpern. Und eine Übung, die ich dir zeigen möchte, schaut so aus. Du nimmst den Schläger hier oben. Das repräsentiert deine Schulter-Ebene. Und in dem Moment, wo du merkst, dass der Schläger links sich wegbewegt, möchte ich, dass du ein bisschen stolperst hier. Und dann machst du das immer weniger. Zuerst groß. Und dann immer weniger. Und am Schluss tust du eigentlich nur mal das linke Knie abbiegen. Achte darauf, dass du trotzdem ein wenig Druck vielleicht spürst, wenn du das machst. Und das ist eine hervorragende Übung, um dieses Gefühl der Druckverteilung zu lernen. Ich habe noch eine tolle Übung für dich. Du schwingst auf und bleibst oben stehen. Kannst du jetzt ohne Probleme den linken Fuß heben, ist das schlecht. Das heißt, du hast zu viel Masse auf der rechten Seite. Schwingst du auf und ich sage zu dir, heb den linken Fuß. Und das schaut dann irgendwie so aus, so wie ein Stolpern. Dann hast du es richtig gemacht. Also ich mache es nochmal. Dann war es richtig. Dann hast du genug Druck auf der linken Seite. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du es mit einem Daumen hoch bewertest. Und falls du es noch nicht getan hast, bitte abonniere meinen Kanal und drücke auch die Aktivierung der Benachrichtigungsglocke, damit wir uns in Zukunft nicht mehr versäumen. Das war Christoph Bausig von Progressive Gold Video. Bis bald.